Willkommen bei der Wilden Traumfabrik. Heute sprechen wir über Motivation trotz Rückschlägen. Jeder hat Träume und Ziele, doch das Leben bringt oft unerwartete Hürden. Ich zeige dir, wie du die Kontrolle über dein Leben behältst und trotz Rückschlägen an deinem Happy End arbeitest. Stell dir dein Leben wie einen Film vor. In jedem Kapitel spielst du eine andere Rolle. Familienvater, Angestellter, Chef. Du entscheidest, wie du diese Rollen spielen möchtest. Es liegt an dir, ob du in diesen Rollen aufblühst oder Anpassungen für mehr Erfüllung vornimmst. Dein Leben gibt dir das Drehbuch, doch es ändert sich ständig. Du bist der Regisseur und bestimmst, wie du auf Veränderungen reagierst. Passe deine Rollen an, um in neuen Situationen Erfüllung zu finden. Deine Entscheidung bestimmt, wie du das Beste aus jeder Szene machst. Kleine Entscheidungen führen zu großem Erfolg. Es sind die alltäglichen Entscheidungen, die den größten Unterschied machen. Wie du deinen Tag planst, beeinflusst, wie erfolgreich dein Lebensfilm verläuft. Nutze einfache Routinen, um Struktur und Klarheit in deinen Alltag zu bringen. Nicht die großen Momente bringen Erfolg, sondern die kleinen Handlungen Tag für Tag. Tägliches Tagebuchschreiben und Planung helfen, Struktur zu schaffen. Diese Routinen ermöglichen positive Veränderungen und langfristigen Erfolg. Welche kleinen Entscheidungen kannst du heute treffen? Du bist der Regisseur deines Lebens. Wenn etwas nicht funktioniert, ändere die Handlung. Es bedeutet nicht, das Ziel aufzugeben, sondern neue Wege zu finden. Ein Regisseur passt Szenen an, wenn sie nicht funktionieren. Sei offen für Veränderungen, die Erfüllung bringen. Wo musst du das Drehbuch anpassen, um mehr Erfüllung zu finden? Vielleicht erfordert es, eine Rolle neu zu definieren. Erkenne, wo du flexibel sein musst, um in neuen Situationen erfolgreich zu sein. Es geht darum, nicht stur an einem Plan festzuhalten. Geduld und Beharrlichkeit sind entscheidend. Auch wenn es langsam vorangeht, läuft dein Lebensfilm weiter. Erfolg bedeutet oft Geduld. Vertraue dem Prozess, auch wenn der Fortschritt nicht sofort sichtbar ist. Wo kannst du mehr Geduld und Beharrlichkeit aufbringen? Feiere die kleinen Erfolge. Jede Filmszene bringt dich näher zum Happy End. Anerkenne kleine Fortschritte, auch wenn sie unbedeutend erscheinen. Sie zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Welche kleinen Erfolge kannst du heute feiern, die dich deinem Ziel näher bringen? Das Leben ist wie ein Film. Du bist Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor. Du entscheidest, wie du Rollen ausfüllst und auf Veränderungen reagierst. Passe das Drehbuch an, wenn nötig und arbeite weiter an deinem Happy End. Verliere niemals die Vision des Endes. Sei flexibel und passe dein Drehbuch an. Kleine tägliche Erfolge und Beharrlichkeit bringen dich Schritt für Schritt näher zum Ziel. Du bist der Regisseur deines Lebens. Mach das Beste daraus. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Teile es mit jemandem, der es jetzt braucht. Und abonniere den Kanal. Hier dreht sich alles darum, stärker, glücklicher und erfolgreicher zu werden. Bis zum nächsten Mal. Bleib stark und motiviert.